Ich bin noch im alten Lager und zwar wollte ich jetzt schauen, was ich noch alles für Aufgaben machen kann. Ich hätte nämlich ganz gerne die oberen zwei gemacht, das war beim neuen Lager. Das sollte ich eigentlich hinbekommen, dass ich den einen verprügeln kann und den locker. Ich weiß nicht, ob ich ihm jetzt Schaden zufügen kann, muss ich mal gucken. Ich bin ja erst Stufe 1, beziehungsweise Stufe 2, fingst bei Stufe 0 an. Na, ich habe erst einmal an Einhand gelernt. Rezept für die Sekte, da muss ich Clown für. Neue Seelen für die Bruderschaft. Basti, ein Butler aus dem alten Lager, ist unzufrieden. Er spielt mit dem Gedanken, sich der Bruderschaft im Sumpf anzuschließen. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das war. Aber ich soll auf jeden Fall für Fingers oder so noch so ein Liebesding lernen. Und was war das andere? Für Fletcher? Ach, Fletcher hat Schulden. Ich glaube, ich bin in der Nähe von der Arena. Da würde ich einmal nochmal mit Tia Sketti reden. Ich kann leider nicht weiterleveln, weil mir fehlt ein bisschen Geld. Das würde ich dann danach machen, weil ich wieder Geld habe. Sehen wir dann. Genau, bei einmal mit Sketti hier. Genau, vielleicht kann ich ja was machen mit den schulden Fletcher. Nee, kann ich nicht. Ich hätte es jetzt gedacht. Ich kann wetten. Nein. Was passiert, wenn ich das mache? Ich will wetten. Aber im Moment findet kein Kampf statt. Der nächste Kampf ist in ein paar Tagen. Er wird vorher angekündigt. Und wie? Wie wird denn da angekündigt? Okay. Okay, das heißt, da kann ich gar nichts machen für Fletcher. Dann aber für Fingers, damit er mir ein gutes Wort einlegt, kann ich quasi... Muss ich irgendwo ein Diebesgedöns lernen? Ja. Und ich muss ja auch was klauen noch. Und ich soll ja eigentlich auch noch so eine Karte klauen. Ich weiß gar nicht mehr. Ja. Aber beim Klauen bin ich so schlecht. Das müsste ich halt auch noch leveln, damit ich das quasi machen kann. Jo. Deshalb würde ich jetzt erstmal... Weil das, was ich sehe, was ich besser machen kann, sind die Sachen fürs neue Lager. Ich brauche eine Karte. Ich muss, glaube ich, nach da. Ja. Ist okay. Ist hier irgendwas? Nee. Hier ist das Wasser. Ich bin auch schon wieder komplett durcheinander. Komplett lost. Naja. So. Also, ich bin nichts ganz so was vielleicht wie er, aber... Hat schon... Hey, du! Wäre ich? Nein, ich meine deine Großmutter. Natürlich meine ich dich. Aha. Wenn ich du wäre, dann würde ich diesen Weg hier nicht weitergehen. Warum nicht? Du scheinst wirklich neu hier zu sein. Ja. Mann, hier geht es ins Ork-Gebiet. Schön. Die machen Kleinholz aus dir. Freue ich mich. Wäre geschehen. Okay. Aber der hält mich nicht komplett dafür ab. Ich will mir die Sachen mal angucken. Hier ist Ork-Gebiet, ja. Da oben, okay. War schon wieder doch was anderes, weil ich hier schon wieder irgendwie langlatsche. Aber nach da oben kann man... Theoretisch, denn sonst muss man da langspringen. Also hier ist kein Ork. Wahrscheinlich unten. Hier ist nichts. Vielleicht zehn Orks vor mir. Oder zwei. Kann ich nach da oben? Ich will nur mal lunsen. Wenn ich sterben werde. Kein Plan. Ich brauche ja eh ein paar Punkte und so. Ich glaube nicht, dass ich hier irgendwas töten kann. Weil das ist wahrscheinlich ein Gebiet, wo ich nicht hin soll. Zumindest noch nicht hin soll. Ist aber ein weirder Weg. Kann ich nicht mal da lang? Hier kann ich auch lang. Was sind das denn? Die Dinger kenne ich nicht. Was ist das hier? Oh Gott, ich habe gespacet uns. Ich schaue mal hier lang. Auf dem Weg. Wahrscheinlich richtig blöde Idee. Gar kein Problem. Ähm, ich tauche ja dann wieder ab Altenlager auf, wenn ich jetzt hier umgenietet werde. Ich wüsste ganz gern, was hier ist. Ich weiß, ich wollte was anderes machen. Naja. Dann doch Erkundungstour. Kann so ein komischer. Sag ich ja. Oh Gott. Äh, wollen wir mal ausprobieren? Digi. Ich glaube, ich weiß, wie sie angreifen. Ich glaube, das ist schon irgendwie so ähnlich. Gut, ich bin wieder im Altenlager. Es wird dunkel. Ich würde hier einmal, ähm, schlafen gehen. Da oben darf ich doch eigentlich schlafen. Und dann, äh, ordentlich weiterlaufen. Zum neuen Lager die Sachen dort machen. Im neuen Lager kann ich dann auch, äh, irgendein Liebes-Talent lernen. Ich weiß ja nicht, was jetzt das Hilfreiste wäre oder nicht. Ich habe vergessen, welche Hütte. Die mit irgendeinem Vordach. Die da, glaube ich, oder? Ja. Es kommt niemand angerannt. So, und dann, äh, es fällt raus, weil die verlangen wieder Geld von mir. Es ist mir, äh, es ist mir zu teuer, das alte Lager. Gut, äh, würde ich auf der anderen Seite rausgehen? Von dem Viertelchen. Von dem Viertelchen und, ja. Kann ich nicht auch da oben lang gehen? Jetzt weiß ich, warum es hier so viele Leitern gibt. Weil man nicht sich hochziehen kann, unbedingt. In Worm steht hier immer nur eine und nicht 50, so wie im Sumpflager. Geld war alle. Ah. Und jetzt kann ich hier nicht weiter. Ich dachte, ich laufe mal da oben lang. Gehe ich doch wieder hier raus. Und nach da geht's zum Ork-Gebiet. Das ist ja eigentlich auch dieser Felsen-Vorsprung. Ich muss nach da. Sonst muss ich ja an den Orks vorbei. In der Höhle war ich. Gehen wir auf zum neuen Lager. Und machen die zwei Sachen da. Dann könnte ich vielleicht noch ein bisschen Sumpfkraut verkaufen. Dann hätte ich genügend Geld. Ich würde gerne die einen Aufgaben, die ich abschließen kann, abschließen, bevor ich mich jemanden anschließe. Ich habe heute vergessen, von wem ich hier so eine Karte klauen kann. Aber das Problem ist, eine Karte klauen, ohne überhaupt irgendwas in Taschendiebstahl investiert zu haben, ist, glaube ich, schwierig. Ich glaube, ich lade schon wieder komplett falsch rum. Das ist aber auch hier kompliziert. Warum ist die Mauer eigentlich schief? Die ist schief. Das sind keine Viecher. Hier gibt es auch generell weniger Viecher, können das sein? Dass man so gewohnt ist. Da unten gibt es welche. Da war ich noch nicht. Also bei dem Turm, den kenne ich. Da hinten geht es auch zum Sumpf. Da? Gehen wir mal da lang. Vielleicht dann doch heute Erkundungsturn. Vielleicht komme ich irgendwann mal bei meinem neuen Lagern. Den Snapper, den Snapper, den Scavenger könnte ich dort wegmachen. Und ich würde einmal in dem Turm schauen, was es da so gibt. Ja. Ja. Das sieht mir nicht so vertrauensvoll aus. Oh, da liegt doch schon wieder eine Leiche. Altes Schwert. Da ist ein Lagerfeuer. Ah, das ist die Hütte. Und da, dahinter war auch eine Höhle, glaube ich. Genau, 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 genau. Naja, dann hört Erkundungstur. Oder mache ich lieber hier einmal, weil... Müsste hier noch Sachen sein, die ich so nicht kenne. Hm. Ja. Na, generell. Also ich kann mich freier bewegen, weil hier weniger Gegner per se sind. Zum Glück bin ich hier nicht weitergegangen. Ich glaube, ich wurde gesehen... Ich glaube, gleich kommt ein Snapper. Ja, ich öffne die Tür und gehe da mal lieber rein. Ich würde gerne die Tür zumachen. Mach die Tür zu! Oh, bin ich kurz erschrocken. Klar, Snapper ist aber auch... Ach, ich brauche die Trächer. Toll. Wenn ich mich da hochziehen... ...komme ich denn jetzt hier raus, ohne dass ich von dem Snapper... Wo ist denn der Snapper? Ist er abgehauen? Ne, da unten hinten läuft er. Sieht aus wie eine Fahne da, was auch immer. Gut, hier würde es eine Kiste drin geben. Die kann ich leider nicht... So. Da kletter ich einmal so hoch. Gibt es da oben wenigstens was? Eigentlich wollte ich nur gucken wegen dem Snapperchen. Glaub ich muss auf deiner Seite hoch. Schafft er das da rüber? Ja, krass. Ist da oben was? Wenn da oben jetzt keine krasse Spruchrolle ist, wie komme ich weiter? Würde er sich da hochziehen oder springt er runter? Ich bin tot. Ich weiß nicht, wann ich gespeichert habe. Jo. Nice, ne? Ach, hier bin ich. Okay. Weiß ich, in dem Turm... In dem Turm ist eine Kiste, die ich nicht aufbekomme, weil ich habe keine Dietrich. Ja. Die sind hier auch ein bisschen... Ich habe die auch noch nicht gesehen. Ich bin ja ein bisschen vorsichtig mit dem Kaufen. Hier kriege ich viel weniger Geld. Also, er hat's. Da nicht so nah ran. Wegen des Snapperchens. Dann würde ich direkt da hoch. Muss mal schauen, wegen Banditen. Da gleich irgendwie... Obwohl, die einen Banditen... Hier machen Banditen ja nichts. Also, weil wir sind... Wir sind alles, äh... Schwerkriminele hier. Da kann ich auch, äh... Weiter... Dealen. Also, hier gibt's... Goblin-Brei. Cavalorn. So. Leibspeise von Cavalorn, das hat er mir nie erzählt, ist scheinbar Goblin-Brei. Warum? Ja. Ich bin Jäger. Ich jage vor allem Scavenger. Warum ist er so leise? Woher bekomme ich einen Bogen? Von mir. Ich verkaufe die besten Bögen des alten Lagers. Zeig mir deine Ware. Der hat auf jeden Fall Kohle. Er hat nämlich gebratenes Fleisch. Warum kann ich kein Fleisch braten? Er hat auch Dietrich hier. Wie toll ist denn so ein Dietrich? Zehn. Und einen Bogen? Na, ich habe ja... Geschicklichkeit nur zehn. Ich könnte nur kurz Bogen. Ich will keinen Bogen. Wenn ich den reinzufällig irgendwo sehen würde, wäre das vielleicht was anderes. Würde aber hier mal ein bisschen Erzmeer gönnen. die anderen Sachen verkaufen, die ich so habe. Die ich nicht brauche. Weiß nicht, ob ich diese Flügel noch für irgendwas brauche. Ich würde jetzt einfach mal... den behalten. War das oder? Ja. Fast. Auf einmal die Dietrich. Astrophe hier. Jetzt. Passt. Äh, so. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Kriege ich es gratis? Schleichen könnte ich bei ihm lernen. Und Bogenstufe eins. Ne. Jetzt sammeln wir mal die Sachen hier auf. Hier gibt es noch Äpfel und so. Und ich höre die ganze Zeit die Fleischspanzen. Die würde ich gleich noch wegmachen. Okay. Ich frage mich halt... Er flippt nicht aus, wenn ich das nehme. Minecrawler. Eww. Was hast du mit der Waffe? Chill. Ich wollte nur die Fleischspanzen. Und da oben ist noch eine. Und da hinten sind ein paar Speckis. Aber warum ist Kavallon hier so alleine? Reisschnaps. Guck. Er rastet nicht aus. Er müsste doch auch ein Bett haben, oder? Er ist was ähnliches. Machen wir die kleinen Speckis da noch weg? Aber okay. Kavallon haben wir gefunden. Kavallons Hütte hier. Er ist aber alleine. Er verkauft, glaube ich, auch nichts, oder? Ach, generell nichts. Aber irgendwie müssten hier, glaube ich, noch... Ich habe keinen Plan. Ey, das ist mein Tier. Ich musste da ganz schnell hinrennen, weil Kavallon kam wahrscheinlich da um die Ecke. Ich habe hier so ein Pfeilfliegen gesehen. Meine Pünktchen. So, genau. Da wollte ich hin. Also existiert das hier auch schon vorher? Weiß nicht, ob ich reinkomme. Und wenn ich reinkomme, weiß ich nicht, ob Kavallon ausrastet. Ich weiß nicht, ob das der eigentliche Keller von ihm ist. Okay, ich muss eine Tür knacken. Das ist... Das ist... Man knackt hier auch Schlösser von Türen. Das ist Zufall. Zufall ist generiert das Schloss. Oder ich kann es einfach nicht. Ich glaube, ich kann einfach kein Türschloss erknacken. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das Zufall generiert ist. Gut, ich muss definitiv was in Schlösser knacken investieren. Das stieb ich eigentlich auch. Fange ich denn da an? Das ist einfach viel zu viel. Okay, Kavallon habe ich gefunden. Darum gibt es auch einen Scavenger. Den würde ich gleich noch mitnehmen. Und dann in die Richtung weiter. Und dann ein bisschen links halten. Komme ich eigentlich zum neuen Lager. Theoretisch. Ich sehe schon nicht voll falsch. Nicht noch die anderen. Nur einer. Komm her, Schnuffi. Ging nicht so mit dem Herkommen. Leider nicht so geklappt. Okay, da sind noch zwei. Und da genau geradeaus und danach da hinten. Aber hier ist echt generell weniger los. Aber dann kriege ich hier noch weniger Erfahrungspunkte. Also wenn es hier weniger Kreaturen gibt. So im generellen Mal. Es ist auch generell sehr laut, oder? Das Schwertziehen und so. Das hatte ich vorher nicht so laut. Ich habe nichts umgestellt. Aber vielleicht bilde ich es mir auch einfach ein. Das kann auch sein. Da oben ist noch ein Feuerchen. Ach. Ja, ich bin doch ein bisschen verwirrt. Ich weiß ungefähr, wo ich bin. Trotzdem bin ich verwirrt. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Er braucht schon eine Karte, hm? Da ist eine Höhle. Das ist auch so ein kleines, besoffenes Laufen. Auf der Seite. Kriege ich die einzeln, die kleinen Speckis? Okay, in den Höhlen sind immer die Speckis. Keine Goblins. Ich finde, das sieht aus wie ein kleiner Speckhaufen. Zu große Nacktmaus oder so. Aber mit einem Stummelschwänzchen. Ich hätte ganz gerne ein Langschwert. Wäre das möglich? Jetzt fängt es ja noch an zu regnen. Zumindest habe ich Gewitter gehört. Was gibt es da hinten? Einen Steinhaufen ist da noch. Der hat an einem Skelett geknabbert, der eine Specki hier. Also es sind mehrere. Da hinten war noch einer. Es sind noch auf jeden Fall zwei. Zwei Speckis sind noch da. Komm mal hier zu deinem Freund. Das wird ja nichts, wenn es so weitergeht. Da hier ist nämlich noch ein Specki. Einer reicht. Okay, jetzt ist es theoretisch. Ich weiß nicht, ob der andere gleich mit... Nee, nur der kommt angehoppelt. Gesell dich hier dazu. Und theoretisch der letzte Specki. Ich weiß es nicht. Doch theoretisch geht es hier wieder nicht größer. Also die haben hier an einem Skelett geknabbert. Aber hier dieses Stein irritiert ja nicht. Verwitterte Axt. Nachtschatten. Ich fände es echt cool, wenn ich Rüstung mal finden würde oder so. Die ist mir nämlich doch etwas zu teuer. Sehr teuer. Da haben wir erledigt. Ich wollte gucken, ob ich von hier da hochkomme. Ich denke nicht. Oder ist ja auch ein Zaun. Aber dann über den Zaun klettern? Ist das nicht möglich? Ist das nicht machbar? Naja, okay. Dann laufen wir erstmal da lang. Ich wollte zum neuen Lager. Ich hoffe, da komme ich heute noch ran. Ja, schon wieder irgendwie irgendwelche Ruiden. Da stehen welche. Und da ist ein... Oh Gott, ein Wolf. Ist der alleine? Die sind hier so OP. Okay, und da hinten kam noch ein neuer. Aber es kam ein Pfeil angeflogen. Also die reagieren da hinten. Aber es ist krass, dass da wo auch immer da hinten der Wolf getriggert wurde. Das ist ja mal brutal. Da, jetzt fängt er schon an zu schießen. Und der andere kommt hierher. Zwei schaffe ich nicht. Da brauche ich Abstand. Ich dachte, da bleibt er vielleicht stehen, wenn ich Glück habe. Nein, ich bin tot. Ich kann nicht weiter nach hinten ausweichen. Da war eine Wand. Aber so würde ich die schaffen. Würde ich es auch nochmal probieren. Genau, weil er fängt an zu bellen. Und der andere läuft los. Das ist so brutal. Okay. Ich hoffe, er stirbt nicht. Aiden. Was machst du hier? Ich bin Jäger. Ich lebe vom Verkauf von Fällen und Zähnen. Bringt das viel ein? Wenn man weiß, wie man die Viecher richtig ausschlachtet, schon. Ich will lernen, Tiere auszuschlachten. Was willst du wissen? Häuten von Reptilen, Krallen abziehen, Fälle abziehen, Zähne entfernen. Weiß ich auch nicht. Ich will eigentlich keine Jagdsachen. Also, wenn ich es machen muss, weiß ich, wo ich es lernen muss. Wenn ich jetzt halt... Der ist nicht ausgeraustet, obwohl ich hier so einen Erzbrocken genommen habe. Aber ich wette, wenn ich an die Kiste gehe, gibt es wieder Stress oder wie? Oder was? Okay, so kann man es natürlich auch machen. Ich habe die Punkte jetzt nicht bekommen. Aber, ja. Schade, drum... Ich glaube, ich 70. Ich habe Aiden noch gefunden. Ist auch eigentlich so ein Vorbau. So ein Dach. Bisschen zusammengebrochen. Na ja. Ich würde ganz gerne mal ausprobieren, ob ich hier an die Kiste komme oder ob er mich dann umbringt. Weil... In den Häusern rasten die natürlich aus, aber hier doch nicht. Oder doch. Nee. Zumindest noch nicht. Und? Nee. Alle Sisi. Okay. Dann... Danke. Würde ich ganz gerne hier weiter. Ich habe nicht gespeichert, glaube ich. Was ist das denn? Habe ich das Netz gemacht? Nicht eigentlich. Ja. Mal kurz hier die Lage abchecken. Da ist nochmal ganz viel Scavenger und sowas, aber da ist auch Wasser. Und nach da muss ich jetzt eigentlich... Glaube ich. Zum neuen Lager, damit ich die Aufgabe machen kann, die ich machen wollte. Ich Goblin schaffe. Ich weiß nicht, wie stark die hier sind. Ich schätze sie sehr stark ein. Es sind halt auch mehrere, die kommen auch zusammen. Angetanzt. Da sind Scavenger. Die schaffe ich ja auf jeden Fall, aber... Ich kann nicht durch... Äh... Die Blätter hier laufen. Hm. Hindernis. Da ist eine Kiste. Ja, nach da geht es zum... Zum Lager. Okay, ich muss speichern. Ich hab nur einen, Dietrich. Und ich hab auch eigentlich... Sieht man die selten zum Kaufen. Und die ist so teuer. Ich würd gern einmal eine Kiste knacken. Dauern. Äh... Äh... Jetzt die Triche. Dankeschön. Und Erz. Ist doch schön. So. Jetzt da hier lang und darunter. Zum neuen Lager. Ich glaub, ich mach... Die Schnuckelchen startet aber auch noch weg schnell. Punkte sind Punkte. Na komm. Ich bin nur nicht so nah ran wie die anderen. Ich weiß nicht, ob bei dem... Bei einem Kapitel, ähm... Wechsel. Hab hier auch welche dann... Äh... Spawnen. Und wie viele Kapitel es gibt. Und ob die anderen verstehen. Oder... Äh. Es ist auf jeden Fall... Sehr, sehr teuer. Wer mal was lernen möchte. Weil ich mein, selbst Stufe 2 Einhand würde mich jetzt schon wieder richtig viel kosten. 20 Lernpunkte allein schon. Ich hab den gar nicht anvisiert. Ich dachte die ganze Zeit... Ich hab die ganze Zeit das tote Ding anvisiert. Und ich hab gedacht, ich würd ihn anvisieren. Hab mich grad gewundert. Ich so, mach ich keinen Schaden? Was ist das für ein ganz besonderer Scavenger? Das sind doch keine Blutfliegen. Das sind doch Bienen, oder? Naja, jetzt blute ich erstmal wieder ein kleines bisschen alles voll. Das muss so. Laufen wir zum neuen Lagern. Den Lurker da noch machen. Und... Liebes Sachen lernen möchte ich ganz gerne. Da war was anderes. Mit Schrieks oder so, wie der hieß, anlegen. Irgendwie so. Ich lauf nicht zum neuen Lager. Doch. Ich hab den Weg nach da oben gar nicht wahrgenommen, letztens. Ja, gut. Das könnte ich mir auch noch irgendwann anschauen. Hallöchen. Braucht ihr Sumpfkraut? Ich hab ein bisschen Sumpfkraut dabei. Willst du was? Klar, hier sind Ze... Wenn du mal... Und ich mein, jeder muss an seine Einnahmen denken hier. Und hier bekomm ich das Zeug los. Willst du was um... Bis ich zusammengeschlagen werde. Ich sag's euch. Du siehst aus. Okay. Weil so... Das kann ich ja dann jeden verkaufen. Und Knöpf den Händlern, wenn ich andere Sachen verkaufen möchte, nichts mit dem Erz ab und so. Achso, hier waren ja auch diese Schlägertypen. Lass man sich wieder ein bisschen... Aufpassen. Zumindest heißen die Schläger. Ich könnte jetzt auch mal probieren, mit denen zu reden. Wenn die mich angreifen wollen, ich bin jetzt ein kleines bisschen besser. Ich frag mich nochmal, was man machen muss, um da oben in so einem Käfig zu landen. Mit dem Reißlaut soll ich mich doch auch noch anlegen. Uiuiui. Probiere ich das jetzt erstmal nochmal aus. Ich möchte das Fleisch nicht essen, weil ich möchte nachher rausfinden, wie ich das grille. Ich krieg das noch heraus. So, speichern. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob die Schlägertypen nur Schläger heißen oder ob sie auch was machen. Was ist das? Echt? Auf den Reißfeldern brauchen wir noch jemanden, der den Bauern Wasser bringt. Da kannst du dir direkt ein paar Freunde machen. Was denkst du? Nö. Bring dein Wasser selbst rum. So geht man aber nicht mit Freunden um. Ich glaube, ich muss dir mal Manieren beibringen. Waffe. Alter, was macht der denn für Kombos? Digi. Das ist... Wieso mischt sich denn der eine, eine und der andere nicht? Das ist ja brutal. Der eine mischt sich mit ein. Dieser komische... Da, dieser Reißlord. Ist das hart. Das ist ungerecht. Mit, mit... Ich weiß nicht was. Mit so einer Sense oder was? Mit so einem Stab. Der andere Typ hat sich nicht mit eingemischt. Vielleicht stand ich da zu nah dran. Vielleicht muss ich ein bisschen weiter weg. Alter, der hat Kombos. Ich probiere mal vielleicht später. Vielleicht später. Später brauche ich aber niemanden. Ich brauche jetzt Hilfe. Willst du mir nun helfen oder nicht? Nö. Bring dein Wasser selbst rum. So geht man aber nicht mit Freunden. So, wenn ich weit genug weggehe, dann kommt der andere nicht. Hoffe ich. Er macht Doppelkombos. Das ist so mies. Wir waren die Kämpfe besser. Ich geb dir gleich. Früher waren die Kämpfe besser. Ich hätt gern ne Rüstung. So, ich geh jetzt erstmal kurz außenrum hier. Ist ja hier wieder purer Stress. Wo bin ich? Ich bin, wo bin ich lang? Ich bin hier lang. Okay, hier komm ich lang. Purer Stress. Ich will denen auch nicht das Wasser bringen. Wenn ich jetzt, wenn ich das... Warte mal, wenn ich die andere... Ich hab ja gespeichert. Die andere Sprachoption mache. Ich will hier kein Reisbauer werden. Wenn ich das ausprobiere. Ich bin hier theoretisch noch nicht aufgenommen. Ich soll zum Reislort gehen. Dann mache ich mal die Aufgabe. Vielleicht geht es darum. Ich kann auch sagen, ab jetzt bringst du dein Wasser selbst. Ach so? Was hat er gesagt? Ich soll den Bauern Wasser bringen. Gut. Hier sind ein Dutzend Flaschen Wasser. Es gibt etwa doppelt so viele Bauern. Also verteilt sie gleichmäßig. Gleichmäßig. Lefti schickt mich. Ich hab Wasser für dich. Danke, Mann. Ich sterbe vor Durst. Ich muss jetzt echt den... Es soll Wasser sein, ja? Wenn du es jetzt nicht bei jedem jetzt diese Animationen habt, dauert das doch Ewigkeiten, wenn ich das zwölfmal machen soll. Lefti schickt mich. Ich hab Wasser für dich. Danke, Mann. Mhm. Äh. Ja, okay. Ich hab keine Lust mehr. Lefti schickt mich. Ich hab Wasser für dich. Ich mach mal eine Strichliste. Drei hab ich schon. Drei. Komm ja nicht mal raus. Danke, Junge. Und danach behandelt er mich besser? Ich glaube nicht. Ich hab' das hab' ich dann die ganze Zeit machen. Mhm. Danke. Gleichmäßig verteilen. Ich kann doch jedem nur einmal Wasser geben. Das sieht nicht aus wie Wasser. Wenn ich das jetzt mal sagen darf. Danke. Lefti schickt mich. Ich hab' Wasser für dich. Danke, Mann. Was soll ich da sagen? Zieht sich ne Weile hin. Ähm. Zehn Järchen noch, glaube ich. Die Hälfte haben wir dann. Ich glaub, danach muss ich... Wenn ich dafür keine Erfahrungspunkte bekomme, dass ich das jetzt mache, wo ich den lieber niedergestrickt hätte. Dann weiß ich auch nicht weiter. Bei dem war ich schon. Der hat sich bewegt. Ihr dürft euch nicht bewegen. Bleibt auf der Stelle, auf der ihr seid. Bitte. Lefti schickt mich. Ich hab' Wasser für dich. Ich hab' bei ihm eine Sprachoption weniger. Bei ihm war eine Sprachoption gerade weniger. Hab' ich mit dem schon mal irgendwie geturtelt? Ach, Rufus. Weil's Rufus ist. Ben Bauer. Ich hab' nicht genau hingesehen. Wenn ich ehrlich bin. Lefti schickt mich. Ich hab' Wasser für dich. Na dann. Die Aufgabe ist echt dumm. Ich glaub, deshalb kann man sich auch mit ihm prügeln. Ich kann auch Punkte, wenn ich mich mit ihm prügele und das für eine Kunst. Lefti schickt mich. Ich hab' Wasser für dich. Das Krasse ist auch, was hat der denn für eine Stufe, dass er diese Dingsangriff so schnell machen kann? Danke. Gibt's ja auch Kombos. Lefti schickt mich. Ich hab' Wasser für dich. Ach, Jumi. Auf jeden Fall bin ich irgendwie im neuen Lager angekommen. Ich schaff' aber, glaub' ich, jetzt nicht mehr meine Aufgaben. Äh, was hast alle? Zu wem soll ich dann? Zum Reislord oder zu Lefti? Das ist der Träger für Lefti. Äh, der Rett hat mir ein Dutzend Wasserflaschen. Ja, die sind jetzt erledigt, nehm' ich an. Probier ich's hier nochmal. Ja. Dann zu Lefti gehen, sagen, ich bin fertig. Ich will zumindest, dass die Quest hier wieder raus ist. Wenn ich das jetzt immer machen darf, äh, will ich hier auch nicht mitmischen. Hey du! Gut gemacht. Du bist ja zu was zu gebrauchen. Ich denke, das ist genau die richtige Aufgabe für dich. Du wirst das ab jetzt jeden Tag tun. Fang direkt wieder damit an. Ich fasse es nicht. Nachdem ich das Wasser überall verteilt habe, will die doch tatsächlich, dass ich nun jeden Tag den Wasserträger spiele. Ich glaube, dieser Idiot muss mal seine Grenzen aufgezeigt bekommen. Weil's Problem ist, ähm, das schaffe ich doch nicht. Also ich bin nicht... Ne, ich bin noch beim... Ich bin noch nicht aufgenommen. Das heißt, jetzt kann ich sagen, ab jetzt machst du das wieder selbst. So, ich muss ihn erst triggern. Ich probier's nochmal. Ach, ich glaube, ich muss dich noch einmal daran erinnern, wer hier der Boss ist. Netter Kampf! Hinten der Reißlord. Ich muss sagen, definitiv, ich muss weg, weil hinten der Reißlord zieht seine Waffe. Ich würde das, äh, gleich machen. Gleich. Mhm. Wenn ich hier irgendwie mal... Das ist doch brutal. Kriege ich noch eine bessere Waffe? Der macht so... Das muss ich in... Der macht einen doppelt Angriff und macht ja so ein Dreierteil. Da muss ich dreimal blocken. Das müsste ich halt irgendwie nochmal schauen, ob ich das hinbekomme. Dann hab ich jetzt drei Aufgaben hier im neuen Lager, bevor ich weiterziehen kann. Dann sind aber alle Aufgaben erledigt, glaube ich, hier in dem Lager. Und dann kann ich diese anderen Sachen machen. Und ich muss halt hier noch Clown werden. Dann kann ich auch die Sachen vom alten Lager erledigen. Eventuell. Ja, mal sehen. Und dann kann ich mir, äh, einen Lager aussuchen. Vielleicht kriege ich da eine gute Rüstung. Ich sehe es nicht ein, so viel Geld jetzt für irgendeine Butlerhose auszugeben. Ich hab das Geld ja auch gar nicht. Die Kohle hab ich nicht. Ah ja, ich... Dennoch, äh, es war mir immer ein inneres Blumen pflücken. Beim nächsten Mal machen wir hier weiter, erledigen die Aufgaben und ziehen dann direkt weiter. Und dann denke ich, ich bin erstmal durch im neuen Lager, außer ich schließe mich hier an. Ciao.